Ich bin Anna Böbel und gratuliere der Musikschule Baunertal ganz herzlich zum 40-jährigen Jubiläum. Ich habe dort 1992 in der musikalischen Früherziehung angefangen und meine Liebe zur Geige entdeckt. Meinen ersten Auftritt hatte ich dann bereits als kleiner Frau in der Vogelhochzeit, bevor ich noch in die Schule gekommen bin. Und ein besonderes Erlebnis war mit Sicherheit das Hugo-Stelle-Festival mit dem Ehepaar Oberloff, wo ich schon in der Musikschule mit Musikern aus St. Petersburg und Moskau zusammenspielen durfte. Das hat mich auch inspiriert, wirklich Musik zu studieren und dazu geführt, dass ich heute Geigerin bin.